Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Autismus Kompakt, dem Podcast mit Timo Warnholz zum Thema Autismus Spektrumstörung. In diesem Podcast möchte ich euch einfach und unkompliziert erklären, wie Autismus funktioniert mit allen Symptomen und Verhaltensweisen und was noch dazu gehört. Wir werden uns in jeder Folge mit einer speziellen Frage beschäftigen und uns diese anhand von fachlichen Hintergründen, aber auch von vielen Beispielen aus der Praxis erklären. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr hier seid und deswegen legen wir jetzt auch einfach mal los. Ja und so soll es natürlich auch sein und heute beschäftigen wir uns mit einer Frage, ja da würde ich sagen, da ist ein bisschen Feuer drin und mit der beschäftige ich mich schon ziemlich lange. Oder es ist auch eine Frage, die einfach immer wieder an mich herangetragen wird. Ja und die lautet, ist Autismus eine Krankheit? Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Meinungen zu und deswegen ist es dringend notwendig, dass wir uns das heute mal angucken und zwar unter folgenden Gesichtspunkten. Erstmal gibt es natürlich eine Seite, die sagt ja natürlich ist Autismus eine Erkrankung oder jetzt vielmehr die Autismus Spektrumstörung. Denn sie ist ja als solche definiert und zwar in der ICD-11. Das bedeutet in der internationalen Klassifikation der Krankheiten und Funktionsstörungen. Und hier unter 6A02 für diejenigen, die das noch nicht gehört haben. Wir sind ja aus der ICD-10, falls die überhaupt jemand kennt, mittlerweile raus. Und seit dem 1. Januar 2022 arbeiten wir halt mit der ICD-11. Und das bedeutet ja zum einen, dass die ganzen gewohnten Abgrenzungen zwischen den verschiedenen Autismusdiagnosen nicht mehr Bestand haben. Das bedeutet, es gibt kein Asperger-Syndrom mehr und es gibt keinen frühkindlichen Autismus, also kein Kanner-Syndrom mehr und auch keinen atypischen Autismus. Stattdessen herrscht jetzt halt diese Formulierung Autismus Spektrumstörung vor. So und ja, laut dieser müsste man ganz klar sagen, ja, Autismus ist eine Erkrankung. Denn so steht es hier offiziell in der ICD-11. Also kann das ja nicht ganz verkehrt sein. Ja, aber natürlich gibt es auch hier noch eine andere Seite und zwar die Menschen, die sagen, das kann irgendwie nicht sein und Autismus ist ja nicht wirklich jetzt eine Krankheit oder sie weist ja gar nicht die Merkmale auf im Sinne von Defiziten und sind auch nicht so einfach abgrenzbar von neurotypischen Verhaltensweisen. Und ja, da muss man tatsächlich so ein bisschen gucken, was hiermit jetzt gemeint ist. Und im Endeffekt ist es so, dass viele Menschen sagen würden, dass autistisches Verhalten einfach zur Vielfalt des Menschen auch gehört und dementsprechend auch keine Krankheit ist, weil man Autismus ja gar nicht heilen muss oder korrigieren könnte man auch sagen. Vielmehr wissen wir ja, Autismus ist von Geburt an vorhanden und Autismus ist auch noch da oder die Autismus Spektrumstörung, wollen wir mal ein bisschen offizieller reden, wenn man stirbt. Ja, das heißt, unterm Strich könnte man auch behaupten, dass Autismus eine von vielen Möglichkeiten des Menschen sei, sich zu verhalten. Und das haben ja viele große Menschen ja schon auch so formuliert, unter anderem habe ich diesen Satz gehört von Temple Grandin, die hat in der U, ich glaube in der New York Times gesagt und ursprünglich kommt, glaube ich, diese Aussage von Hans Asperger. Da gibt es aber verschiedene Ideen zu, wer das jetzt als erstes gesagt hat, aber so kann man es natürlich aussehen. Und ich verrate euch mal so einen ganz kleinen Hinweis, ich sehe das nämlich genau so. Also meine persönliche Meinung zu dem Thema ist, dass Autismus keine Krankheit ist, sondern eine alternative Form vielleicht der Wahrnehmung, könnte man sagen, oder vielleicht auch eine alternative Priorisierung, was soziale Interaktion zum Beispiel angeht. Und das ist einfach für mich daraus erklärbar, dass Autismus ja keine wirklich isoliert gesehenen Defizite aufweist, sondern immer nur an der Orientierung am Durchschnittswert. Das bedeutet, autistische Menschen haben erstmal das große Problem, dass sie weniger sind und deswegen müssen sie sich immer an den Standardwerten, also an den neurotypischen, an der neurotypischen, in Anführungsstrichen, Normalität orientieren. Ja, das heißt jetzt war es. Das ist eine gute Frage. Ist es jetzt schlecht, Menschen mit Autismus, Spektrumstörungen in diese Kategorisierung hineinzuschieben? Oder sollte man lieber sagen, nee, wir müssen hier mit Krankheitswerten nichts machen? Also auf die Argumentation müssen wir hier nicht eingehen. Ja, da gibt es Vor- und Nachteile tatsächlich. Und ja, meine Idee ist, wir gucken uns die mal an. So, und hier findet man tatsächlich für beide Seiten, also einmal für die Aussage, Autismus sollte als Krankheit definiert werden, weil das, oder sollte auch im gesellschaftlichen, in der gesellschaftlichen Wahrnehmung als Krankheit gelten, weil das halt so gewisse Vorteile hat. Und wir gucken uns auch genau an, welche Nachteile das hat. Also werden mal ganz sachlich uns beide Seiten angucken. So, und wir fangen mal an mit den Vorteilen. Und da werden jetzt viele autistische Menschen irgendwie sagen, hm, ja toll, was hat denn das für Vorteile, dass das jetzt als Krankheit definiert ist? Ja, wir leben ja in einem System, also hier insbesondere in Deutschland ja auch, wo wir, wo die meisten von uns sich befinden, so laut Hörerstatistik ist es ja so, dass wir in einem Gesundheitssystem erstmal leben, das davon ausgeht, dass wir erstmal krank werden müssen, damit wir bestimmte Förder- und Unterstützungsmaßnahmen bekommen. Also im Endeffekt werden wir, wird gewartet, bis wir krank werden, um uns dann wieder gesund zu machen. Das ist schon ein ziemlich interessantes Konzept. Und so ist es hier auch. Das bedeutet, autistische Menschen sind gerade dadurch, dass sie halt weniger sind und oft nicht in diese Standardverhaltensweisen der Durchschnittsgesellschaft gut reinpassen, sind sie hier halt auch mal auf bestimmte Förder- und Unterstützungsmaßnahmen angewiesen. Wie auch natürlich auf zum Beispiel ausgleichende Maßnahmen, was die Wahrnehmungsverarbeitung angeht, also diese Reizfilter-Situationen, die ja für autistische Menschen oft ganz schwierig sind, gerade in Gruppenkontexten oder an öffentlichen Stellen, Schule, Kita, Arbeit, was es da nicht alles gibt. Und hier werden ja dann sogenannte Nachteilsausgleiche ausgehandelt, zum Beispiel in der Schule, aber auch sonst eingesetzt aus eigener Kraft oder aus struktureller Möglichkeit heraus. Und das bedeutet dann halt, dass es schon durchaus viele Möglichkeiten gibt, autistischen Menschen auch das gesellschaftliche Leben zu erleichtern und das soziale Leben auch. Und das bedeutet Folgendes, in Deutschland bekommt man Therapie, Hilfemaßnahmen, Unterstützungsangebote, halt nur, wenn man eine Diagnose hat oder noch mehr im Detail, nicht wenn man eine Diagnose hat, sondern wenn man krank ist. So können wir es doch ganz einfach mal benennen. So, das heißt, wenn wir jetzt ganz klar hier den Riegel vorschieben und sagen, nein, Autismus ist keine Krankheit, dann haben betroffene Menschen, na, da sind wir schon bei dem Wort betroffen, also dann haben autistische Menschen, ich drücke das mal hier ein bisschen mehr nach meiner Haltung aus, weniger Möglichkeiten, auf solche Helfersysteme, unterstützende Maßnahmen zuzugreifen. Und das ist doch schon mal ziemlich scheiße. Und da muss man ganz klar sagen, dass hier natürlich eine Haltungsänderung ganz, ganz wichtig wäre. Und es müsste die Möglichkeit geben, dass autistische Menschen auch ohne jetzt sich in Richtung Krankheit klassifizieren zu lassen, die Möglichkeit haben, auf sowas auch niedrigschwellig zuzugreifen. Aber das ist jetzt wieder so eine persönliche Meinung von mir. So, genau. Und dann gibt es durch Diagnosen natürlich auch finanzielle Unterstützung, zum Beispiel Maßnahmen der Eingliederungshilfe, persönliches Budget, also solche Sachen, die man da vielleicht auf dem Wege noch bekommen könnte. und dann gibt es noch so diese kleinen Tendenzen, dass man sagt, na ja, gut, man muss schon auch gucken, dass Forschung und Entwicklung natürlich auch nur stattfinden und daraus sinnvolle Helfersysteme vielleicht auch entstehen, wenn Autismus wirklich dann auch als Krankheit definiert ist. So, ja, das kann man halten, wie man will und muss mal gucken, was einem da jetzt für die persönliche Wahrnehmung wichtiger ist. So, jetzt haben wir so schön über diese, naja, Vorteile, wie man sie auch bezeichnen möchte. Ob man das will, ist ja eine andere Sache gesprochen. Und jetzt gucken wir uns natürlich nochmal die Nachteile an, die hier natürlich auch eine Rolle spielen. Also, hier zum Beispiel haben wir natürlich ganz klar den Punkt der Stigmatisierung und die Vorurteile. Das bedeutet, autistische Menschen müssen, wenn sie halt diese Hilfesysteme in Anspruch nehmen wollen, dann müssen sie das auch offenlegen. Und ja, das bedeutet natürlich auch, dass die Gefahr der Stigmatisierung und der zu starken Orientierung hier halt in Richtung Diagnose durchaus eine Gefahr darstellt. Und das wiederum kann natürlich zu Diskriminierung führen. Und das ist natürlich eine ziemlich, ziemlich negative Auswirkung, die daraus entsteht. Und dann ist auch eine Frage, wie es mit der Akzeptanz und der Inklusion zusammenhängt. Und genau, wenn autistische Menschen zum Beispiel ausschließlich als krank betrachtet werden, besteht die Gefahr, dass diese einzigartigen Fähigkeiten und Potenziale von autistischen Menschen nicht ausreichend anerkannt werden. Das heißt, sie werden vielleicht in ihrem Potenzial automatisch von außen, vielleicht sogar strukturell eingeschränkt. Und das wiederum wäre ja auch eine ziemlich, ziemlich negative Auswirkung auf die Teilhabe und auch auf die eigene Fähigkeit, ein selbstständiges, gesteuertes Leben zu führen. Ja, genau. Und dann kann es auch natürlich sein, dass hier vielleicht einfach auch durch Diagnosen, die ja immer auf bestimmten, ja, auf der Betrachtung bestimmter Symptomkonstellationen bestehen, auch dazu führen, dass autistische Menschen vielleicht nicht mehr so eigenständig als Individualisten gesehen werden. Denn wir wissen ja, kennst du ein, kennst du ein, ist ja so ein getriebener Spruch dazu. Genau. Und daraus ergibt sich dann natürlich auch die Gefahr, dass autistische Menschen vielleicht einfach so in Überschriften wahrgenommen werden. Und auch das wäre wieder eine ziemlich unangenehme Reaktion auf das Ganze. Also fassen wir mal zusammen. Wenn wir in Deutschland Hilfe benötigen, und es trifft nicht nur auf Menschen mit Autismus-Spektrumstörungen zu, sondern auch auf alle anderen Menschen, die irgendeine Erkrankung oder eine Problematik haben, wo ich nochmal mit sagen möchte, natürlich haben autistische Menschen, ist das Wort Problematik da nicht richtig angewandt, dann sind wir darauf angewiesen, dass wir eine Diagnose bekommen. Sonst haben wir keinen Zugang auf Hilfeleistung und Unterstützung. Und natürlich sind diese Diagnosen sinnvoll, wenn ich mir den Fuß gebrochen habe. Hier in Bezug auf autistische Menschen müssen wir mal gucken, ob es vielleicht in Zukunft schlauere Möglichkeiten gibt, solche Situationen gut zu analysieren. So, und wie jetzt dazu steht, zu dem Thema, also Autismus, Krankheit oder nicht, das ist natürlich euch überlassen. Ich kann nochmal sagen, für mich, wie gesagt, wiederhole ich auch gerne nochmal, ist Autismus alles andere als eine Krankheit. So, und mit dem Gedanken lasse ich euch jetzt alleine. Und dann hören wir nächste Woche wieder voneinander. Bis dann, ciao. So, und das war es jetzt für heute. Und ich möchte mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt. Das hat mich sehr gefreut und besucht mich gerne auch. In den sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Facebook oder auf Instagram. Oder abonniert einfach meinen YouTube-Kanal, wo ich euch auch einmal wöchentlich ein Video zum Thema Autismus-Spektrum-Störung präsentiere. Und lasst dort gerne ein Abo da, genau wie hier natürlich auch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.